Moin meine lieben Leute, herzlich willkommen zu diesem weiteren schönen Tag hier in der Walking Dead, eher in der Nacht würde ich jetzt mal sagen, so wie ich gerade hier aufnehme und natürlich hier und ja, in der letzten Folge ist, ja, Reggie gestorben, Luke haben wir getroffen und wir haben einen Plan, dafür brauchen wir jetzt das Funkgerät, ich klicke mich mal wieder weg und holen wir uns jetzt das Funkgerät Ah, Tavio, oder wie hieß Ja, ja, ja Hm, ich glaub's auch Ich glaube, er wollte ihn mit Absicht umbringen Aber Ihr ganzen Hinterwäldler, äh Sekten Anhänger Ihr wollt's ja nicht wahrhaben Es macht mich verrückt, es ist wirklich unnerving Ich weiß, was du meinst, ich dachte, wir würden es jetzt schon benutzen Ich würde das nicht Ich hab's nie benutzt, wenn es ein Lichtbüssen oder irgendetwas Ein bisschen anders, wenn es die menschlichen Menschen umgekehrt ist Ich gebe dir das Also, was machst du morgen? Bill will mich, um diese Baid-Tür zu verpasst Ist das, warum du da bist? Ich hoffe, es macht jetzt Kein Geräusch Nein, schnell Oh, ich hatte Angst, dass ich's jetzt merkt You can't be smoking back here Vince, come on Don't give me that If Bill smells a whiff of smoke back here, he'll flip What are you thinking? You know what? I'm just gonna tell him I'm not letting someone else get blamed for this That's bullshit Vince Vince, come on Vince Was für ein scheiß Glück hatten wir denn Wir hatten so ein richtiges scheiß Glück, ey Psst Äh, runterspringen Oh, ein Mann in der goldenen Rüstung Tja, Lee hat uns vieles beigebracht Und wir natürlich auch vieles von Crystal und Lee und allen anderen Das war so cool Danke, Clem Ich hab dir gesagt, du wahrscheinlich nicht sterben Hm, Dankeschön Danke Ja Jane Ah, so hieß sie Hm I thought about Duck today About his dumb little face First things that come to mind are always the dumb things he was doing Yeah Kid was always running in circles Every damn place he went, he'd just run He couldn't stop him Makes it harder to remember He was a good boy Yeah Long day tomorrow One long day Ha, nix sehen wir eigentlich auch nur am Pennen, hab ich das Gefühl All right We're all here Someone's got to get the radio out to Luke What's the problem? We should probably figure out who's doing what before we Time to get up Daylight's burning They let you sleep in, all things considered Where's my dad? He's where the rest of you are going To work Rebecca Nick Sarah Jane If you gotta take a piss, do it now The next break won't be for a while Troy will be coming up for the rest of you Why just them? Like I said Troy's coming for the rest of you Wir sollten auf jeden Fall das Funkgerät nehmen Then we have to do it now And if Luke's all we got And we pair up with him I can do it Where's the meeting? Mike Yeah? Clementine should do it Are you fucking kidding? No offense But come on That's crazy She's a kid Why would There's a million reasons She knows Luke She can hide She got the damn radio for us in the first place Who cares? And I'm sorry Mike But I don't know you from fucking Adam All right? And if I'm trusting someone to do something This important I'm trusting her You don't trust me to get a radio I should do it Kenny's right I should do it Don't do something stupid Just to get some respect She doesn't need your respect Give me the radio All right little chickens Let's get to beckin' All right I don't think today's gonna be like yesterday No way No shenanigans This rooster's gonna be surveilling your ass Every second of the day You hear? Got that? Yeah I'm afraid I need an answer, girl Yes, sir Come on Oh, you have your pockets all out Gonna get your tags all snagged on something Oh, God Try Let's go Try is misstrauisch, that's what you can see Wohin geht's jetzt für uns? Hey, she's with me? Oh, shit, I almost forgot Yeah Well, take her then I don't care Wait, wait, what's going on? Never mind Just chores of a different sort Come on, City Mouse Can't you cut her a break? She'd really rather keep with us People she knows It's nothing that'll hurt her Okay It's okay It's okay, it's okay Come on We're looking for it We're seeing 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 it I just wanted to make sure Ja. Das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Luke wartet auf mich. Wir müssen alles auf eine Karte bringen. Ja, ja. Die Frau hilft uns. Ja, machen wir. Danke dir. Danke, danke, danke. Und jetzt berat uns auch bitte nicht. Okay, bitte nicht verraten. Schnell, schnell. Die hat schon dämlich geguckt, die Frau da hinten. So. Troy ist da hinten. Scheiße, sie hat die Tür zumachen sollen. Oh nein. Blutfleck. Ah, ist das alt? Okay. Da sind welche. Luke, wo ist er? Luke, wenn du schiebst, komm raus. Luke. Oh, shit. Wie hat er uns jetzt... Der ist doch an uns vorbei. I swear to Christ, you're gonna regret this. Was ist das? Was ist das? Was ist los? Ich weiß, Klemm. Es ist schwer, denn es ist nicht mehr zu gehen, wo es nicht ist. Es ist schwer, dass wir jetzt alles haben. Du kannst das durch deinen Scheißen durch. Luke, hier ist er jetzt nicht helfen. Du musst dich selbst helfen. Du musst mich helfen, um dich zu verabschieden. Du kannst mich helfen. Du kannst mich aufhören. Du kannst mich aufhören. Du kannst mich aufhören. Ich werde mich aufhören. Ich werde mich aufhören. Komm schon, Clem. Ich hab's. Nein! Kenny! Nein! Bitte nicht! Ich hab's. Sorry about that. Not sure what I was thinking. Three. Fucker. Nein! Jesus Christ! Stop! Stop him! Somebody stop him! Troy, mach mich! Let's go! Clementine! Help me! You have to do this, Bill! Nein! Stop! Stop it! Kenny! Kenny! Oh! Kenny! Nein! Bill! That's enough, Bill! Please! Bill! There's a breach! All right. Everyone comes with me. Bonnie. You stick around. Make sure these folks don't get into any more trouble. Yeah. Yeah. Okay. No supper for y'all tonight. Maybe an empty stomach will give you some perspective. And we'll try this again tomorrow. Scheiße. Do your best with him, Carlos. You need to get him able to move. Because we're leaving tonight. We're leaving tonight. Sie hilft uns. Sie hilft uns! Sie hilft uns. Oh! Mein Gott! Oh! wir haben... einen Schlag kassiert, ey! Uff! Nicht in... Nottingham. Du wurdest zusammengeschlagen. Wo ist Kenny? Oh, shit. Wir können nicht hier bleiben. Ja, das ist ein guter Einwand von Mike. Wir sollten fühlen. Ich gucke lieber, wo Kenny ist. Ich hoffe, Kenny geht's wieder besser. Ist er in Ordnung? Er wird so leiden dafür. Wir lassen Kenny nicht zurück. Das ist nicht fair. Wir bleiben zusammen. Das ist nicht fair, Clem. Wir versuchen hier nur das beste aus einer schlechten Situation zu machen. Nein, das ist feige. Das ist feige. Ganz einfach. Das hat mich schon davor die Situation gebracht mit Reggie. Das ist nicht wahr. Ich bin gut, Junge. Wir gehen heute Abend. Der Plan ist nicht verändern. Ach, du heilige Mann. Danke, Asshole. Du bist ein schwerer Mann. Die schweren Mann haben ihren Arsch gekämpft in front of everybody? Du bist okay? Du bist okay? Wir müssen ihn umarmen. Okay? Es ist okay. Oh, ich schwöre. Ich dachte schon, er bringt ihn um. Okay. Du bist so weit weg. Well, zumindest wenn ein paar Leute wissen, wo es ist. Es wird es leichter finden, wenn wir gespeichert werden. Okay. Das funktioniert. Dann brauchen wir nur jemanden, um den PA auszusetzen, oder? Ich meine, du hast ja nie beurteilt, um zu erklären, wer das zu tun soll. Ha. Alle schauen natürlich wieder uns an. Es ist doch jedes Mal... Dasselbe. Wo ist eigentlich Sarah? Warte, warte, warte. Sie ist der Plan? Let's go. Be sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. By default, it's set to play music. So you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Down into the office. Outdoor speaker switch. Turn on PA. Okay. Up to the roof. Down into the stock room to meet you guys. Is that right? Perfekt. Perfekt. Super. Das schaffen wir. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Be careful. Okay. Passt auf euch auch auf, bitte. Ich möchte euch nicht verlieren. Ich gebe mein Bestes. Wenn Alvin noch lebt, dann ja. Ja. Alvin. Äh. Wir reden lieber. Alvin. Are you okay? Okay. Bewegen. Oh shit. Sag jetzt nicht, wir müssen ihn erlösen. Tja. Meine lieben Freunde, wir sehen uns aber erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Denkt daran. Äh. Genau hier. Ungefähr. Ich bin noch dabei. Äh. Zu abonnieren auf jeden Fall. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.